Moin Freunde, Shane TSG TV und ich bin gerade aufgestanden und hab auf Instagram geguckt und da hat jemand, den ich getroffen hab auf Party, mir einen Track geschickt und Freunde, guckt's euch an. Ne, wir gucken uns das Ganze gemeinsam an. Let's go. Einfach nur mega geil. Ich feiere das jetzt schon übelst heftig und hab auch schon die Anlage aufgedreht. It's Shane TSG TV. Add me on Instagram. At Shane TSG TV. Ja, Freunde, willkommen und ich bin, wie gesagt, heute Morgen auf Instagram gegangen und hab eine Nachricht bekommen von einem, ja, Zuschauer, von einem Party-Mensch, den ich auf Party begegnet bin und dieser Mensch hat mir heute sein Soundcloud-Profil geschickt und jetzt sind wir hier auf seinem Soundcloud-Profil und der hat einfach meine Vocal, also meine Stimme und die Stimme vom Kumpel, den ihr auch öfters mal im Vlog seht. Der Vlog ist übrigens auch nochmal in der Videobeschreibung und in den Kommentaren verlinkt, also ich werde euch das alles durchnummerieren oder wie auch immer. Ihr werdet das dann sehen. Ihr werdet schon sehen, was was ist. So, ich persönlich habe übrigens auch ein Soundcloud-Profil, weil ich damals auch Musik gemacht habe. Selbst das ist noch aktiv, das ist übelst heftig. Vor einem Tag, vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, also es gibt immer noch Likes und so, das ist eigentlich voll krass, weil dieser Account seit verdammt fünf Jahren tot ist, so, ja. Hier ist eigentlich bloß noch Wüste. Aber naja, gut. Nun hat dieser, ähm, er nennt sich übrigens The Scarecrow und hat den Track 180 veröffentlicht, den ich jetzt einfach mal so ein bisschen reinspiele und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir werden so ein paar Passagen überspringen, also hier hinten kommt mein Vocal. Bis zum nächsten Mal. Das ist schon ein nicer Anfang, schon schön vorwärts immer. Also ich feiere den Bass, der ist so kurz, aber scheppert so. Es geht nicht so boom, es geht so boom, boom, boom. So versteht ihr, was ich meine? So diese kürzeren, tiefen Bassanschläge finde ich jetzt meiner Meinung nach. Also ich will das jetzt nicht hier als Profi beurteilen, aber als Laie finde ich es nice. Ich meine, ja, ich habe früher Musik gemacht, aber ich habe jetzt nie auf Begriffe geachtet oder so. Ich habe einfach Bass rein, ein bisschen Melodie drauf. So, just for fun, so muss es sein, so macht es auch am meisten Spaß. Let's go, wir hören weiter. Ja, mega nice auf jeden Fall. Es ist simpel, easy. Ich meine, die Beste sind schon bekannt, man hört sie auch öfters in anderen Tracks und so, aber ich feiere es. Also ich feiere es wirklich, ich werde ja auch definitiv einen Kommentar da lassen, vor allem dann an der Stelle, wo mein Vocal kommt. Wir werden jetzt die Stelle so ein bisschen überspringen, damit es nicht zu lange wird, damit ihr wisst, was ich gemeint habe und von welchem Vlog dieser Vocal ist. Und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Wo fahren wir denn jetzt hin? Hier ist, äh, rechte Fahrmann. Wo wir jetzt hinfahren? Ganz MLK, Mann! Es ist einfach nur geil. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind an diesem Abend dorthin gefahren, haben gefeiert und ich habe jemanden getroffen, der mir jetzt auf Instagram folgt. Seit längerem Grüße gehen übrigens raus an dich. Und es ist einfach nur krass, wie sowas entsteht. Du fährst auf Party, dann triffst du diesen Menschen, dann macht dieser, oder dann folgt man sich auf Instagram gegenseitig. Dann macht dieser Mensch auch noch Musik und nimmt einen Vocal aus den Vlogs und lässt ein Abo auf YouTube da und so weiter. Und jetzt macht er dann diesen Track. Es ist einfach nur geil, Freunde. Und wir hören uns jetzt die Stelle an. Ich werde das safe auf jeden Fall in Kommi da lassen. Aber es geht los, Freunde der Sonne. Wir genießen stillschweigend. Und in the common. Und in the common. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Okay, we have some fabulous live music later on, but right now here's the kind I prefer. Und in the common. Und in the common. Und in the common. Ja, Freunde, das war der Track. Das hat mich einfach so fasziniert. Ich finde das übelst nice, was man aus einem Vocal von mir oder allgemein aus Vocals machen kann. Es ist einfach mega nice. Der Rhythmus passt, die BPM-Zahl passt. Es ist einfach übelst geil. Die Schnelligkeit ist on point auf jeden Fall. Da kann man richtig zu abgehen auf jeden Fall. Und es ist einfach nur geil. Ich feiere es mega. Auf jeden Fall Props an dich. Ich verlinke mal, wie gesagt, sein Soundcloud-Profil hier. Gönnt euch den Track und feiert am Wochenende ordentlich schön mit diesem Track. Und meinen Vocals drin. Unterstützt den Jungen. Lass den auf jeden Fall ein Follow und ein Like da. Ein Kommi da. Also auf jeden Fall Support. Hier geht raus. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist einfach nur nice. Ich habe übrigens, deswegen auch der Titel. Ich habe ja, wie gesagt, auch Musik gemacht. Und habe auch schon sehr oft drüber nachgedacht, wieder was zu machen. Aber ich finde, es ist vielleicht schon zu spät. Vielleicht nicht zu spät. Aber es wird wahrscheinlich zu viel, wenn ich jetzt auch noch dann YouTube und das und dann noch Mucke. Oder, oder. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr unentschlossen. Bock hätte ich trotzdem. Aber ich hätte nicht mehr so Bock, so richtig auf größere, ja, auf größere Festivals zu gehen oder so. Äh, außerhalb. Also ich hätte es vielleicht, ich würde es vielleicht für mich privat noch so ein bisschen machen. Und ein bisschen was uploaden. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt rumreisen und irgendwo auftreten wollen. So. Im Moment nicht. Also ich hätte da jetzt keinen Bock drauf. Wie gesagt, privat. Aber so. Naja, mal schauen. Ähm, mal gucken, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall. Seid gespannt. Äh, ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung, in den Kommentaren. Gönnt euch. Viel Spaß dabei. Und lasst auf jeden Fall hier Props da und einen Kommentar. Äh, ich schreibe jetzt einfach mal so mega. Und ich weiß jetzt nicht, was ich schreiben soll. Ich bedanke mich fürs Einschalten, Freunde. Das ist einfach nur geil. Ich bin mega geflasht von dem Track. Gönnt den euch. Link in der Videobeschreibung. Mehr kann ich nicht sagen. Ich feiere es mega. Ich werde mir den jetzt auch nochmal reinziehen. Und vielen Dank. Und teilt ihn auf jeden Fall hier. Share, ja. Auf jeden Fall Facebook. Ach, Facebook. Okay, lassen wir das. Und bevor ich es vergesse, ich werde euch natürlich auch den Club, also die Instagram-Seite von dem Club oder Facebook-Seite, was auch immer, falls noch Leute irgendwie auf Facebook sind, ich weiß es nicht, werde ich euch hier auf jeden Fall in die Videobeschreibung legen mit und in die Kommentare. Also es wird wirklich spammt ohne Ende heute. Schönes Wochenende gewünscht, wenn es soweit ist. Und ja, viel Spaß mit dem Track. Bis zum nächsten Mal.